Live-Kommunikation ist ja eine Wirtschaft, die nach außen geht, die repräsentiert, die zeigt, die Shows macht. Insofern hat die Veranstaltungsbranche Vorbildcharakter, insofern hat die Veranstaltungswirtschaft die Chance, uns zu zeigen, wie es geht. Das Format hilft sehr, sehr stark, das Thema Nachhaltigkeit in eine Branche zu tragen, die bisher leider mit Nachhaltigkeit sehr wenig am Hut hatte, weil diese Branche im wahrsten Sinne des Wortes fliegende Bauten produziert, viel Müll und Abfall produziert und wenn wir allein beim Thema Food Waste bleiben, dann ist es für mich immer ganz schrecklich zu sehen, dass am Ende einer Veranstaltung sehr, sehr viele Nahrungsmittel einfach weggeworfen werden. Deswegen ist dieses Format vorbildlich, um in eine Branche Veränderung zu bringen. Die Branche wiederum bringt Veränderung in die Wirtschaft und deswegen ja, weiter so. Mein Appell an die Veranstaltungsbranche, seien Sie wesentlich mutiger, seien Sie innovativ, denn Nachhaltigkeit ist für mich nicht eine Bürde oder Last, sondern eine wunderbare Spielwiese, um innovativ zu sein, um sich von Mitbewerbern abzusetzen, um zusätzlich auch noch Wege zu finden, anders zu arbeiten, vor allen Dingen auch sparsamer zu arbeiten. Und insofern Nachhaltigkeit ist für mich eine große Herausforderung in Bezug auf Intellekt, in Bezug auf Emotionen, auch in Bezug auf Humor. Und deswegen, ich bin gespannt und freue mich auf die Vorreiter der Branche und gerne berichten wir auch über die Best-Practice-Cases, denn ich finde, wir sollten nicht durch negative Berichterstattung strafen, sondern durch Best-Practice und gute Beispiele ermutigen. Und das ist es, was mein Anliegen ist. Ich möchte Sie gerne ermutigen, in die Zukunft zu gehen und gemeinsam mit uns eine lebenswerte und liebenswerte Zukunft zu schaffen.